Say hello to the mountain god! Hallo liebe Leute, lange gab es kein Update mehr auf diesem Kanal. Es gab ja auch nicht wirklich viel zu berichten, da ja keine Kunst stattfinden. Aber ich mache jetzt dieses ganz kurze Video, weil ich euch eigentlich nur mal darauf hinweisen möchte, dass ich auch einen zweiten Kanal angelegt habe vor einiger Zeit. Und dort lade ich jetzt meine ganzen Musikvideos immer hoch. Das heißt, also Musikvideos, ne? Also ich versuche Instrumente zu spielen ohne jegliche Hilfe, weil ich kann weder Noten lesen, ich arbeite dran, noch habe ich irgendjemanden, der mir das alles beibringen kann. Ich versuche mir mit YouTube-Videos das irgendwie selber beizubringen. Und es klingt am Anfang ganz schrecklich, aber wenn ihr starke Ohren habt, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch diese Videos antun. Ich werde euch den Kanal einmal unten in der Beschreibung verlinken. Und ja, wer sich traut, meine schlechten Versuche einmal anzuschauen, der kann ja da mal vorbeischauen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass es auf diesem Kanal bald mal wieder ein bisschen was zu berichten gibt. Also auf jeden Fall, wenn wir neue Kunst haben, dann werde ich wieder ganz fleißig filmen. Ja, genau. Ansonsten stark bleiben ihr alle. Irgendwann haben wir auch wieder Kunst, auf denen wir uns alle sehen können. Bis dahin. Ciao.